Die Terraformer Mehr als ein Jahrtausend ist vergangen, seit von der Erde die Terraformer gestartet sind, um ein bewohnbares Universum zu schaffen. Jene Maschinen, fähig zur Reproduktion und Evolution und einst als Wegbereiter für ewigen Wohlstand gedacht, verwandelten sich jedoch in die tödlichste Bedrohung, der sämtliche biologische Lebensformen jemals gegenüberstanden. Über zwei Jahrhunderte konnte diese technologische Plage in Schach gehalten werden. Doch nun sind die Maschinen zurück, fortschrittlicher, zielstrebiger und tödlicher als je zuvor. X3 Terran Conflict führt ein komplett überarbeitetes Missionssystem ein. Die vielen brandneuen Missionen kannst du erstmals überall annehmen, egal ob in den Tiefen des Alls oder an Bord von Raumstationen. Die Einsatzbesprechungen sind jederzeit abrufbar und ein Leitsystem führt mithilfe von visuellen Markierungen durch je eine der vielen gleichzeitig angenommenen Missionen. Ein neues Menüsystem erlaubt die Übersicht über Missionsziele, Belohnungen und die Schritte dorthin. Das aus X3 Reunion bekannte, machtvolle Spielerhauptquartier war Vorbote einer neuen Ära. Mit deren Anbruch wird vor allem eines klar. Deine Welt wird nie wieder dieselbe sein. Errichte ein mächtiges Imperium im X3 Terran Conflict und tauche ein in die mitreißendste Geschichte, die je ein X-Spiel zu bieten hatte. Denke immer daran, dieses Universum lebt und reagiert auf all deine Entscheidungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017